Der Kopfgeldjäger Cat Bane hat einige der gefährlichsten Verbrecher der Galaxis um sich versammelt und plant einen Angriff, um den Senat unter seine Kontrolle zu bringen. Doch welches Ziel verfolgt er mit dieser verachtenswerten Tat? Es geht los. Achtung, Achtung! Sie befinden sich auf Sperrgebiet. Eine Landung ohne Erlaubnis ist untersagt. Jeder Verstoß wird mit der vollen Härte des Gesetzes bestraft. Nehmen Sie die Hände hoch. Ich treffe mich geschäftlich mit dem Senat. Wie wär's, wenn ihr mich einfach durchlasst? Runter auf die Knie und die Hände hoch. Ganz langsam. Sachte. Ich wäre nicht so vorschnell, wenn ich du wäre, mein Freund. Nimm ihn fest! Wo kommen die Schüsse her? Da oben im Turm ist ein Heckenschütze! Ihr zwei, zieht ihn die Uniformen aus und rollt die Rapier frei. Was ist an Landeplattformen? Was ist da los? Bitte um Bericht. Nur ein paar Friedensdemonstranten. Wir haben alles unter Kontrolle. Behalt euch mit den Uniformen und räumt endlich hier auf. Sofort. Und alle anderen, ihr folgt mir. Tschüss! Musik 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 HUM-DUR-DUM-DUR-DUM-DUR-DUM-DUR-DUM-DUR-DUM-DUR-DUM-DUR-DUM-DUR-DUM-DUR-DUM-DUR-DUM-DUR-DUM-DUR-DUM-DUR-DUM-DUR-DUM-DUR-DUM-DUR-DUM-DUR-DUM-DUR-DUM-DUR-DUM-DUR-DUM-DUR-DUM-DUR-DUM-DUR-DUM-DUR-DUM-DUR-DUM-DUR-DUM-DUR-DUM-DUR-DUM-DUR-DUM-DUR-DUM-DUR-DUM-DUR-DUM-DUR-DUM-DUR-DUM-DUR-DUM-DUR-DUM-DUR-D